Ihr kennt das doch auch, auf den Social Media Kanälen lässt sich immer nur ein Link hinterlegen und das ist doch nervig, wenn man mehrere Social Media hat. Jetzt gibt es eine coole Alternative und zwar ist das Wunderlink. Eine Seite aus Deutschland, bei der ihr die Möglichkeit habt, eure ganzen Social Media und diverse andere Links, die euch vielleicht über die Zeit begleiten, einfach auf einem Link zu sammeln. Das Ganze ist dann auch noch schön nach deutschem Recht und somit braucht ihr euch keine Gedanken machen. Dazu könnt ihr dann einfach hier sehen, habe ich schon mal vorbereitet, das ist dann meine Seite mit all meinen Social Media Kanälen und den wichtigsten Links, die ich so für meine Social Media habe. Natürlich könnt ihr auch Werbelinks zu anderen Kanälen oder was auch immer dazu posten, das ist kein Thema. Wenn ihr seht, man klickt drauf, man landet sofort auf der Seite. Was ihr dazu tun müsst, ihr müsst euch bei Wunderlink einen Account machen und dann seht ihr hier, wie das Ganze dann im Bearbeitungsmodus aussieht. Ihr könnt dann, wenn ihr die Pro-Variante habt, direkt die Links mit den Social Medias oben haben oder ihr fügt einzelne Links hinzu, indem ihr auf das Plus klickt, dann könnt ihr das alles eintragen. Und wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr auch das Design noch ein bisschen ändern oder ein Hintergrundbild wählen. Es gibt diverse Features, die habt ihr dann in der Pro-Variante und andere sind für die Free-Variante. Und wenn euch das alles dann gefällt, dann hoffe ich, dass ihr mir ein Like da lasst und vielleicht auch einfach euren eigenen Wunderlink kreiert.